You'll back me up, right? Ghosts, weil ich bin ja am PC neu gewesen, ich habe davor nur an der PS3 gespielt und da musste ich halt erstmal ein bisschen reinkommen, aber mittlerweile kann ich es ganz gut und es macht mir ehrlich gesagt auch ziemlich Spaß, also ich bin ja eigentlich eher so der Battlefield 4 Spieler oder Battlefield 3 Spieler gewesen, aber Call of Duty Ghosts gefällt mir sehr, viel besser als Black Ops 2, da bin ich zwar auch Prestigemaster gewesen, es geht schon gut ab. Was bedeutet, dass ihr in der Zukunft einige Videos erwarten könntet, also abonnieren, falls ihr diese mögt, wenn ihr es noch nicht getan habt, aber insgesamt kann man sagen, dass Call of Duty Ghosts ein sehr faires Spiel geworden ist, es gibt keine Deathstreaks, es gibt keine, also keine overpowerten Waffen, die einem jetzt extrem auffallen würden, also zum Beispiel hier die AK-12, das ist schon eine sehr starke, extrem genau, also dann komme ich auch gleich mal zum Klassen-Setup von der Waffe. So, jetzt bin ich hier im Klassen-Setup, keine Angst, es geht gleich weiter mit dem Gameplay, hier seht ihr die AK-12, die kriegt ihr glaube ich für 7 Punkte, darauf habe ich einen Schalldämpfer montiert und einen Griff, statt dem Griff könnt ihr auch noch eine Magazinerweiterung nehmen, aber die Magazinerweiterung, ich habe es gern, also am PC kann jeder ziemlich gut aimen, auf weite Entfernung ist es sehr praktisch, wenn man sehr genau ist, das ist nicht wie in der PS3, dass auf der Entfernung eigentlich sowieso niemand richtig trifft. Ja, ich habe keine Sekundärwaffe, keine Ausrüstung, ich brauche das alles nicht und es gibt mir mehr Extras, nämlich Flinkheit, zum schnellen Nachladen, zum Sprinten und hier Stalker, damit könnt ihr schneller in der Visierung gehen. Dann natürlich noch für mich als Soundtore eine Totenstille und natürlich noch Konzentration, damit wenn ihr angeschossen werdet, dass ihr dann noch zurückschießen könnt, ohne dass ihr hier die Waffe extrem nach oben zieht. Meine Abschlusssehren sind hier beim Soldat die 9, das ist der Kampfheind, die 12, das ist der Helipilot und die 15, der Loki, die gefallen mir eigentlich am besten von allen, natürlich mögen auch alle noch den Maniac, aber naja, den kann man statt dem Loki nehmen, weil das werdet ihr später sehen, der ist nicht so toll. Dann sage ich noch kurz was zur Map, es empfiehlt sich hier immer in der Mitte zu bleiben und auf B zu schauen, wie man jetzt sieht und dabei auf A zu achten, dort kriegt man am allermeisten Punkte. Man muss natürlich noch sehr auf Sniper achten, die sind auf der Map ziemlich extrem, also ich habe den ersten Teil des Gameplays weggenommen, weil ich dort zweimal gesnipet wurde, kurz vor einer Streak, was mich extrem genervt hat. Was euch vielleicht schon bis jetzt aufgefallen ist, die AK-12 hat einen sehr sehr hohen Schaden, einen Schaden von 49, also wenn ihr alles auf den Busbereich hat, braucht drei Treffer und darüber ist immer nur zwei Treffer. Und dazu ist sie halt noch sehr gut auf hohe Genauigkeit und hat ein sehr schönes Ironsight zum Zielen. Die Waffe ist zwar insgesamt nicht besonders schön, aber das Ironsight ist halt perfekt. Aber hier, schöner Springshot, das sieht man am PC bei mir ziemlich häufig, denn das kann leider auch jeder und jeder kann Dropshotten am PC. Aim ist insgesamt sehr, sehr viel besser. So, jetzt aktiviere ich dann den Helipiloten. Der Helipilot, finde ich, ist, gefühlt ist er zu niedrig, also von mir aus hätte man noch gern viel höher über der Map fliegen können. Insgesamt ist er nicht besonders stark, weil man die Gegner auch nicht so richtig stark angezeigt bekommt, nur so einen orangenen Rand drum. Und das Problem bei dem ist halt auch hier gerade nicht, gerade nicht nach rechts über die Map hinaus fliegen, was extrem praktisch dort wäre. Man hat immer nur so einen sehr schlechten Winkel, wo man auf die Leute schießen kann. Finde ich schade, aber er ist immer noch besser als die 15er Abschlussserie. Die werdet ihr dann auch gleich sehen. Insgesamt kann man sagen, dass die Abschlussserien nicht ganz so stark sind wie, oder was heißt nicht ganz so stark, sie sind eigentlich viel schwächer als in Black Ops 2. Hier auf der Map hat man halt Glück, da sie sehr offen ist, aber ihr müsst euch das dann mal auf geschlossenen Maps anschauen, da geht es ja gar nicht. Also man geht nicht immer damit so ab, wie ich es hier gerade tue. Also ich hatte schon ganz andere Runden, wo ich nur zwei Leute getötet habe mit dem Ding. Jetzt versuche ich hier gerade den Luki, den Satelliten zu aktivieren. Finde aber die Taste nicht, weil ich habe ja so ein extra Gamepad für Ego Shooter und da sind die Tasten immer. Da sieht man halt nicht, was was ist. Hier ist das Sichtfeld von dem Luki sehr begrenzt, also man sieht nicht viel und kann nur sehr schlecht über die Map drüber fliegen. Ist auch nicht hoch und ich hätte, ich habe es am Anfang nicht so ganz verstanden, aber ihr seht dort links und rechts sind so, das zeigt einem an, was man drücken muss, um was zu bekommen. Da gibt es halt dann auf der 2 die Vorräte, das ist dann für Mitspieler. Finde ich, ist mir noch nicht aufgefallen, ob man dafür Punkte bekommt. Also ich bin mir nicht sicher, ist es eigentlich nutzlos. Dann gibt es bei G oder mittlere Maustaste gibt es den Juggernaut, den werdet ihr auch gleich noch sehen. Der macht für einen selber Kills, der ist ganz gut, das ist auch wohl das Beste davon. Und kleiner Stab, ich habe keine Ahnung was es ist und mir ist es auch nicht aufgefallen, als ich es eingesetzt habe. Also diese Streak ist nicht gerade empfehlenswert. Sie ist auch nicht so besonders lang, denn jetzt ist sie schon wieder zu Ende. Statt dieser Abschlussserie könnte man auch noch den Maniac empfehlen, der macht wahrscheinlich sogar mehr Kills, obwohl er nur Abschlussserie 9 ist. Und wenn ihr halt gar nicht auf solche Abschlussserien Lust habt, dann könnt ihr auch Spezialistenbonus nehmen. Da seht ihr das fette Ding, den Juggernaut, den ich da abgesetzt habe. Mit dem Spezialistenbonus könnt ihr dann auch ganz gut die Campstrike erreichen, die 25. Gunstreak. Die Moab aus Monomofa 3. Und den werdet ihr auf meinem Kanal sicherlich einige sehen. Also abonnieren lohnt sich. Ich würde mich natürlich auch über einen Verbesserungsvorschlag in den Kommentaren freuen, sowie über einen Daumen nach oben oder nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao. Ich danke euch fürs Zuschauen.